Hallöchen liebe Minecraft Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge Chaos. So wir machen da weiter wo wir das letzte mal aufgehört haben und zwar wollten wir unseren Hammer weiter pimpen. Dafür habe ich was vorbereitet. Wir nehmen das ganze Kram mal raus hier. Dazu sage ich gleich was. So wir brauchen einen Lava-Crystal. Einen brauchen wir noch. So ein Bucket. Habe ich ein Bucket? Ich habe kein Bucket. Wieso habe ich hier nur noch einen Eimer? Da habe ich einen Eimer. So. Flop. Der Lava-Crystal. Und da brauchen wir noch einen von. So lale. So. Dann hauen wir auf unseren Hammer. Mit einem Nether Star. Die habe ich übrigens noch mal gefarmt. Noch einen Modifier drauf. Dann kommt da der Lava-Crystal drauf. Und dann besitzt dieses Ding Auto-Smelt. Ich habe hier einen weiteren Excavator gebaut. Im Prinzip hat der das selbe wie der hier. Nur der Unterschied ist der hier hat Silk Touch. Und der hier hat einen Diamond drauf. Und der ist ein bisschen schneller. Der kriegt auch zusätzlich noch Auto-Smelt. Was ich damit vorhabe. Das zeige ich euch gleich. Okay. Ja. Das war glaube ich das. Aber ich habe. Oh. Ich sollte mal schlafen gehen. Bevor mich ein Creeper in die Luft sprengt hier. Da wir ja gerade so gut zu Gange sind mit Tinkers. Bauen wir uns ein weiteres Tool. Dafür brauche ich die Form. Dann habe ich hier was vorbereitet. Ein wenig Iron. So. Dann brauchen wir noch einen. So. Jetzt weiß ich leider nicht wie das Tal heißt. Dann machen wir das wieder über Tinkers. Da. Den Knapsack. Zack. Den können wir uns jetzt anlegen. Und dann haben wir eine Beutel. Wo wir unseren ganzen Kram hin tun können. Sehr nice. Okay. Den Messertast tun wir jetzt oben zu. Das schmeißen wir da auch mal alles rein. Das können wir da mal mit rein machen. Camp Powder und Kohle schmeißen wir hier mit rein. Ich glaube am besten zeige ich euch das mit dem Excavator. Hier. Hier. Oh. Das ging aber tief runter hier. Oh. Wimstorm. Wow. Geil. Enderman Spawner. Wimstorm. Krass. Wimstorm. Wimstorm. Haltow. Warum partet ihr euch weg? Wimstorm. Wimstorm. Krass. Den Dammit blockieren wir auf jeden Fall mit. okay das merken wir uns wir könnten uns auf unseren cleaver noch einmodify die fiecher porten ein hier war ich aber falsch hier wollte ich gar nicht hin habe ich nein habe ich nicht war denn diese da hinten war ich da kein waypoint gesetzt nur ein weiterer dia ich könnte mal auf screen ein bisschen enderperlenfarm gehen nach hinten echt ungünstig dass das so weit weg ist habe ich jetzt bock dahin zu rennen ja habe ich ich will das ding ich will den cleaver testen ok ich mache einen kurzen cut ich latsch da hinten kurz hin und dann sehen wir uns gleich wieder jetzt